moin freunde zu einer weiteren runde league of legends und ja diesmal was komplett anderes mehr nach der jahr lasst mir mal support spiel supporter ich denke das spiel ich glaube es wurde fast nie gespielt und hier auch den jahre so ein bisschen geschützende sport ist nicht so ganz mein ding durch zugeben und ja ich gesagt ist auch dafür gewesen weil ich dachte so herkommen mit luchs blingend ist vertraut als kriege ein bisschen hin und von daher okay was war ich seit mir fast sie einmal sein tür so ziel passiv zwölf sekunden lang ausgesetzt also wenn ich jetzt zum beispiel irgendein treffe im tüten und champion dann siebenfach da was los hier war der eskalation oder was ich glaube ich mach dir mal schon mal stumm weil ich eben flammt der bus vor aber kein ding ich bin müde erst mal gesagt ja okay ist hier und aufnimmt aber dann gesagt so ne ist nicht ich weiß ein bisschen wie man mal lux baut weiß ich ja das ist ja jetzt das ist ja echt knapp daneben das gibt es nicht was auch fängt es war ja ich hatte hier er hat noch vorrunde gesagt er ist ein guter ec aber irgendwie sicher gar nicht so gut ich hab mir eigentlich einen pot kaufen den grünen dach ich habe sogar sich gekauft auch den scheiß durch die brüchen hier übelst rein gerade Alter, war da schon dafür ne Eskalation wieder Schlimm ist ja gar keiner Ich hab da gerade nicht käme, Anna Juhu, das ist richtig oh 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 oh! Wenn ich nicht so richtig, die weg muss ich weggehen! Oh, im Moment. Junkwurst super nicht ganz so geil. So, zuerst, Kauf mal den Scheiss hier ey. Komm, da sind wir das Ding hier für, wo ist hier das Item mit diesen Seelen da steigen? wo ist denn das hier? Was haben wir da? Hier brauchen wir das erstmal. Mal gucken, kann man das weiter ausbauen, das hier? Nö. Okay. Ist das Meeres und Teuche? Okay. Dann müssen wir sehen, der Stein hier. Bauen wir das hier weiter. Wir machen das in der Regel. Regeneration. Und dann brauchen wir mit Lux auf jeden Fall. Ich war jetzt ein bisschen, ein bisschen mehr. Ja, das gibt es doch nicht. Zack, komm auf die Lane. Boah, geil gemacht. Hier ist er weg. Okay, wir müssen den Lash und den Fall aktivieren. Ja, komm, Will. Schönen, schönen. Oh, schade. Na, schönen, paurig. Na, schönen, die fressen weg, Polinia. Okay, Mann, wer ist geil, mal so geil. Farmswain auch mega weit hinten. Ah, da hat er in den Klee braucht, da hat er in den Klee braucht, leider. Gut, den Gears wird kurz back am besten. Können wir nicht so weit ultim machen. Dann müssen wir leider weggehen. Ich sage, jetzt bauen wir das Item hier erstmal aus. Oder wir kaufen uns erstmal Rellos. Danach. Nee, wir haben auch erstmal Schuhe, hätte ich gesagt, oder? Nee, das war keine Schuhe. Erstmal so. Gucken, das kaufen wir jetzt nichts, oder wir kaufen am besten, bauen wir das Item hier weiter aus. Wegen Mana und Fähigkeitsstärke. So, ey, am liebsten gemacht, glaube ich. Das ist eine entspannte Runde als Supporter, eine richtig entspannte Runde als Supporter. Schieß mal. Okay, da ist er. Hier ist er weg. Dodge ist nicht so ihrs, ne? Ein zu viel. Morgen, Jin. Oh, 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 oh. Da konnte ich nichts machen. Da konnte ich nichts machen, rein gar nichts. Schön, Dodge. Ein schöner Gank. Vor allem vom Gegner. Können wir was machen? Können wir mit dem Bereich werden zu defen? Nee. Six, was holt ihr? Was los ist hier? Die war richtig kacke. Toplin, wie sieht's da aus? Schön, die Mauka. Bis... Ja. Woher ehrlich gesagt, wir kriegen das Wort. Was soll es mit Six nicht richtig? Was soll es mit Six nicht richtig? Äh, Supporter sitzt doch nicht so geil. Ja, man soll eventuell erwarten, ne? Ja, man soll eventuell erwarten, ne? Oh, fuck. Ja. Oh. report bw luchs report vor alter sorry wenn spielt echt scheiße ich weiß ich spiel jetzt auch nicht grad super geil hier auf 36 aber spielt ist jetzt so nicht gerade die härte schämpte das ist ein frikel in koppel und fack jungler so geil ist jetzt ohne jungler stimmt schon zu wie die zu video da ja nicht so wie Oh, das weiß ich mal nicht Jetzt muss ich schon mal anhalt Oh, fuck Ja, schnell machen Jetzt müssen wir langsam hier einen Tower holen, irgendwie Äh, wer denn? Report, oh, die Was ist los mit den Leuten? Boah Ping, 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 ping Danke Danke Oh, 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 oh Boys Was ist denn los mit euch? Ich sage, bleib vertreten oder was? Boah Ich war hier Hier war Ich wurde seit jetzt liegt Und von hier überall kamen die Gegner Oh mein Ich habe hier mal Ey, was geht das? Mann, ey, was ist denn los mit dem? Boys Ich bin nur ein fuck supporter Sub Schieb Scheiß Und professionelle Porno Plastik, bitch Was weiß ich denn? Ich kann da doch nichts machen Alleine Ganz ehrlich Was ist denn los mit den Jungs, Mädels Und die Kernwärter, das spielt mit Mann, ey T1 Tower, bitte T1 Tower, Botlane Fällt Wir haben ein T1 Tower, bitte erst Und T1 Tower, Toplane, vielleicht auch gleich Wenn es weitergeht Und die Zulassung Was ist denn elsinn der Stoff? Äh, sorry bin ich echt da Besprachlos an Wenn ich versuche Toplane zu kommen Irgendwie dem bisschen zu helfen ja hinter mir alter warum hat meine keine wünschen ein bursch das gibt es doch nicht ja es ist auch wieder so eine richtige ich habe ein kackteamrunde also richtige da werden wir richtig durchgepöller wir werden richtig durch die bericht war durch in normaler verformst du bist am exkluft jetzt rückgamer rechtlich und erwischen warum hat man hier keine wünschen warum sollte man da keine wünschen war das ist ja los mit ihr wollt sich du hast du hast zwei worte drei jahre stehe ich auch mal erst gibt es doch nicht was denn los mit den jungs kack voll idioten ganz ehrlich da geht euch irgendwie in jeder adres schrub oder so was weiß ich meine ich auch mit der schönen draht das ist mir kack egal was denn los mit dem boys ja da kommt die reine feld war da kommt eine richtige die reine feld war die ballern fühlen heißt richtig oder auch jahres und der potley geile mann erst geht so nicht den jungler ich nenne die folge einfach den jungler Der Jungler ist ja mal sowas von... Nee, nee. Du kannst nichts zu sagen, ey. Äh. Yo. Wieso hat man denn da keine Vision, man? Alter, Sigs. Udia. Bane. Shen. Alle haben zwei Worts mit zwei fucking Worts. Alter, haltet einfach die Fresse. Es ist schlecht, es ist schlecht, es ist die Bane. Mal gesehen, aber alter. Jetzt bestimmt für Kurs und Kingfucker 390, Alter. Von der Ende bis zum billiges Kondom, was hier rissen ist, ey. Mann, ey. Äh. Alter, haltet die Fresse mit euren Scheiß-Pings. Der Supporter darf natürlich in Wavena. Ach, moin, der ist ja auch mal da. Der Farm ist ja gar nicht. Kacke. Scheiß. Das ist ja auch mal da. Das ist ja auch mal da. Das ist ja nicht richtig mit dir. Erstmal hier ein bisschen für Vision, so. Kannst nicht mehr lang gucken, ey. Oh, haltet doch einfach die Fresse mit euren Scheiß-Pings. Die Reichweite von Jhin ist so heftig Alter, schaffst du nicht mal hier was zu clear Alter, was ist mit ihr nicht richtig, was sie baut Die baut ja alles durcheinander Erst Schuhe genau ausbauen Ja, und dann würde man mir kein damage machen Ja, also baut sich das natürlich, def, alter Ganz ehrlich, ich fick den Jungle Da die Folge heißt Hey, das gibt's doch nicht, ey Das Team ist so useless Ich bin auch übelst kacka, das willst du dir machen, alter Ach, willst du aufgeben? Nö, ist nicht Oh, jetzt geht's halt auf Tag Oh, damit tue ich ein bisschen weiter weg Das deckt mir doch nicht vernachlässigt, natürlich Bot Tower fällt jetzt auch noch, ey, so ein useless Jungle, ganz ehrlich Oder stirbt er jetzt schon wieder Alter, die fressen mit deinen scheißen Dings, alter Stop tag fahren, alter Junge, du kriegst du eh schissen gerade So, Bot-Zeit ist jetzt ein bisschen was geworden Meeresache, Ocean Break Oh man, alter Oh man, alter Oh, der geht weg oder der Jungler? Die soll im Endeffekt auch contesten, ne, ganz ehrlich Bringt da auch nichts zu Na komm, geht vorbei Ja, das gibt's doch nicht hier Äh Schön Ja, da kannst du keinem was erzählen Was? Yo, ist richtig Alter, ich hab, wie gesagt, ich hasse es jetzt so sehr, ey, so, so, sehr Don't play looks for support, alter Ich hab, wie gesagt, voll Not good, was really Alter, ich muss erklären, ne Ich muss erklären, ich hab, in der Champions League gesagt Top, Jungle, oder ADC Ne, ne Bin super Jungler Und top ADC Hat er gesagt, ey, sie Yo, ich, ich hab auch support, geht's, kein Ding, ne Äh, ah, please, äh Mach das so nahe, weißt du Und dann Natürlich Wieso Ach, wenn Äh, ayu, äh, good ADC Also, ja, ja I'm a good ADC Ja, geil Megagall Ich denke, du sagst, nö, nö Durch Jungler auch gar nichts, oder die verloren, oder so Boah, ey Die Hitbox ist so kacke Oh, ich muss top lane gehen, bisschen deffel Einen durch sogar Ey, die Tränen, es gäbe sogar Komm, komm Der Support läuft ja natürlich Vor allem, ich soll nicht Support spielen, weil ich kein Support kann Ich kann Lux am besten Von allen Er ist das frustrierende Bisschen rauspushen hier, Neiber Schön, schön, schön macht jetzt Da kommen die ganzen Pings, also JLP-Eskalation Oh, ich bin ein bisschen geworden Also, hier setzen wir an Bord Da setzen wir an Bord Und da setzen wir an Bord Mal richtig Hier muss immer an Bord stehen Genau wie da Okay, da ist keiner Puh, das ist eine richtig harte Runde Puh, das ist eine richtig harte Runde Oh, ein Bikim Damage macht noch keinen einzigen Puh, kommt irgendwie, kommt irgendwie, kommt irgendwie, irgendwie müssen wir kommen Boah, ich kann nichts machen, Alter Null Ich kann da nichts machen, alleine Ein supporter Platz so instant wie AC Schön, denkst du auch so YOLO Ach, jetzt wieder Protect the ADC Six Ah ne, das ist kein Wohli, schade Wohli, 45 Sekunden abwechselt Ihr müsstet irgendwie deathmail Ja Da kann ich nur X machen Nein, 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 nein Der beihtet doch nur Was? Okay, das war jetzt nicht ganz verstanden Dabei geht's gut raus Ey Das schafft du Shen ist tanky Etwas Die machen gerade den Bowne, das ist völlig egal Vor allem ist ja der zweite Ausschlussweg für die, das wäre der Kast Wollt ihr noch Bowne? Oh, 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 oh Ich geh top-lampig schon mal hin Oh, ey, das gibt's doch nicht, ey Wird mal richtig hart gewonnen, ne? So, ich ping, dass ich top-lampig hier, ne? Alle follow me Was ist nicht richtig mit der Welt, ey Was ist nicht richtig mit der Welt? Ich hab leider nichts mehr, kann hier gar nichts für dich. Guck mal, wie ist denn etwas zu machen? Da kann ich nichts machen, ich hab gecreate, was ist los mit dir, mann, 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 geht eher top lane, rein theoretisch, wie sucht er in Richtung top lane, das Team ist so stocken lieblich, ey, wie das noch, wieso nicht, ja, 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 das Team ist echt so üt, bisschen kacke. Komm, komm, komm. Guck, 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 yes, schön, 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 schön. Ja, es gibt's noch nicht, schön, really? Ey, sorry, ne? Aber mein Team ist auch dämlich, alter, fick den Jungler 10.000 mal. Und hier war der Beste? Und hier war nicht der Beste, alter. Und hier war einfach nur kacke! Meine Freunde, mit einem gesenkten Kopf gehen wir aus der Kluft raus. Ich wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag und sage Wiederschauen, reingehauen. Nächstes Mal ist es kein Support, sondern entweder Jungle oder Toplane oder AC. Mal gucken, eigentlich immer Jungle. Von daher sage ich schon mal Wiederschauen und reingehauen. Bis zum nächsten Mal, zu weit runter gegen Fletchens oder Fifa. Na schön, ihr schaut und reingehauen, Freunde!